Ins Finale, die Fans haben die Mannschaft gefeiert, sie haben das alles miterlebt. Was waren das für Momentaufnahmen nach Abpfiff heute? Ja, müssen wir ein bisschen feiern. Es ist sehr wichtig für uns, die letzten Spiele der Saison im Finale zu sein, nach Berlin zu gehen. Ich bin sehr froh für alle, für die Fans, für die Bereiche, die Spiele. Wir haben diese super Chance und wir sind sehr glücklich. Wohin führt diese Siegermentalität? 40 Pflichtspiele unbesiegt im Pokal und in der Meisterschaft kann ja eigentlich nicht mehr viel passieren. Es ist ein langer Weg. Wir haben angefangen im Juli. Es ist schon eine neue Mannschaft, neue Spieler, aber miteinander ist sie, sie haben die Stimmung und die Spiele der Mannschaft. Das ist sehr gut. Das hilft natürlich für jeden Tag zu arbeiten. Wir sagen, dass auf dem Platz, das ist das Wichtigste und gerade bis jetzt, wir haben es sehr gut gemacht, jetzt im Pokal die Finale zu erreichen. Sie waren ja schon mal in Berlin beim Pokalfinale. Wie groß ist denn die Sehnsucht nach diesem Pokaltriumph in der Nacht der Nächte am 25. Mai gegen Kaiserslautern? Ja, im Finale ist es immer Besonderes. Es ist egal, die Gegner. Wir haben genug Zeit zu vorbereiten und zu denken, aber ja, gerade diesen Moment müssen wir genießen, dass wir haben diese Chance in der Finale zu sein. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.